Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Jurassic World. Ja, und wir sind jetzt hier nach dem T-Rex-Angriff, beziehungsweise dem doppelten T-Rex-Angriff, und sind mit der anderen Gruppe, die von InGen geschickt wurde, zusammen und versuchen jetzt von dieser Insel zu flüchten. Ja, ich weiß, es geht hier weiter und ich glaube, hier ist wieder so ein Minispiel, aber hier geht es auch mit der Story weiter. Ja, komm mal her, ich brauch dich, glaube ich. Uh. Aha. Okay, cool. Was steht da? Aha, okay, okay, okay. Ah. Uh, 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 uh. Nein! Ah, halleluja. Wo sind wir hier? War ich nicht hier schon? Ach, ja, doch. Ach, hier sind wir. Ah, so. Nun verstehe ich. Und hopp. Komm, du mal, sonst wird das nix. Jawohl. Dann wollen wir mal weiter hier runter. Also, hier ist wieder ein Minispiel, das ist ganz cool, aber ich folge doch mal der Story. Ja, genau, hier kann ich wieder so ein Fahrzeug holen und dann kann ich dann auch das Minispiel hier wieder machen. Info-Button. Äh, wen habe ich jetzt? Ich habe hier, ich will aber ihren Namen. Und, genau, hier gibt es zwar wieder hier was zu gewinnen, das war schön und gut, aber ich denke nicht... Was ist das da? Da brauche ich einen... Welchen Dinosaurier? Ach, du, sehe ich ja echt, welchen ich da brauche? Boah, ist das ein Brachio? Ja. Ein Brachiosaurus. Den habe ich doch gar nicht. Ja, da ist ein Fahrzeug, genau. Okay. So, dann wollen wir mal weiter. Okay. Und schön, so viel wie es geht, mitnehmen. Und hier geht es weiter mit der Story. Auf jeden Fall brauchen wir gleich einen Dinosaurier, wie es aussieht. Wo bist denn du? Aber wo bist du? Äh. Obwohl, warte mal, willst, gehst du auch in Scheiße rein? Nein, du natürlich nicht. Das ist nur was für Frauen, ne? Ja, ha, ha, ha. Ja. Das ist so ekelhaft. Dann such du mal. Wo geht es weiter? Wo muss ich hin? Ich muss sagen, es ist recht düster, das Spiel. Gut, ich spiele es jetzt in der Nacht, so prüge ich. Aber es ist schon, äh... Anders düster als, äh... Ach, was willst du denn noch? Ein Eis und auch ein Fliegenpilz. Alles klar, dann versuchen wir das Ganze nochmal zu finden hier. Da hat doch gerade noch einer um Hilfe geschrien. Aber wo ist der? Oh, nein, ich brauche... Nein, 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 hier, äh... Na, so. Ach, da! Was? Was? Nee, das ist es auch nicht. Wo ist er? Okay... Nein, nein, nein. Ich will dich haben! Hopp! Okay! Da und nü! Ja gut, das ist zwar schön und gut, aber na gut, okay, ich weiß auch nicht, warum das nicht klappt. Auf jeden Fall machen wir mal hier weiter, vielleicht finden wir hier, oder? Ah, guck mal da, und was ist denn da? Was haben wir da, ne? Kannst du bauen? Du auch nicht. Das ist super, da sind sie ja alle in einer Reihe und... Achso, das sind Knochen, deswegen kannst du nicht bauen, okay. Ja, ich weiß, dass es da lang geht. Ah, guck mal hier an, ne, wo bist du, wo bist du, wo bist du, da bist du, hopp. Da geht's auch bestimmt noch rein, hopp. Ja, komm, komm nochmal. Ich hab's vergeigt, ich weiß, hopp, 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 hopp. Und ich brauch jetzt mal Ian, Ian, wo bist du, da. Komm her, weil Ian, tadaa. Oh, warum sehe ich das? Ah, das Eis. Ian hat das Eis gefunden. Na komm. Also, ich weiß, dass das nicht selber ist, aber für mich wird es immer selber bleiben. Das reicht mir jetzt schon. Erstmal, was ist das hier? Passiert nichts. Hm. Jetzt frage ich mich ja wirklich, wo ist... Oder muss ich wirklich die Kompis, äh, verjagen? Aber die wollen ja nicht so wie wir. Aha, ach, ich hab doch einen. Haha, ich hab doch einen. Ich brauch doch gar nicht Ellen dafür. Tada. Wie war das nochmal? Wie war das nochmal? Dann das. Nee, du. Wie war denn das nochmal? Oder du? Okay. Jetzt du. Ach, Mann, 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 Mann. Ist ja jetzt egal. So. Ja, gut. Machen wir mal den Vater. Jetzt wird's ja auch schön. Okay. Ich hab bestimmt die falsche hochgeschickt, aber ist mir egal. Ja, doch, ich hab den Pilzer, hab ich gefunden. Okay. Also, ich find's auf jeden Fall düster gemacht und so. Na gut, auch wenn's jetzt wirklich jetzt hauptsächlich nachts spielt. Und runter, ob. Aber dennoch süßer. Okay, selber. Ist das da einer von zehn? Dino Action! Aber erstmal befreien wir ihn davor, den Kompis. Und ich hoffe. Nein! Geht nicht. Fürchtet sich auch. Dann geht das ja nur mit Robert Muldoon. Weil der hat ja auch Schiss davor. Das möchte ich jetzt aber... Ach, Robert Muldoon, das ist Ronald Tem... Tempo! Macht aber kein Tempo. Das ist ja das Verrückte. Jetzt sind sie so. Gut. Das ist... Das ist ja... Hallo? Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig mache. Befürchtet sich ja, sobald ich hier bin. Das fürchtet sich ja sobald ich hier bin. Ja, keine Ahnung, also tut mir leid, also. Ne, also das wird glaube ich nichts. Ich mache jetzt hier weiter mit Sarah. Falscher Kino, ich weiß. Kamera, Kamera, Kamera. Super. So, dann wollen wir mal hier weiter machen. Ich finde es echt sehr düster, die Seite. Ach. Kann ich damit hier jetzt auch die Büsche streichen? Äh, streichen. Ja, ich streich mal die Büsche. Kommt Sarah eigentlich mit? Ne, ne? Sarah bleibt da, ne? Ja, Sarah bleibt da. Schade eigentlich. Danke, Sarah, und ich hoffe, du wirst... ein glückliches Leben noch haben hier in Jurassic World, äh, Jurassic Park. Isla Sorna. Hilf mir! Diese Plagegeister sehen von nahem viel größer aus. Dafür brauche ich allen klein. Ja, komm, komm. So, jetzt ist das kaputt. Kann ich jetzt auch bauen? Nö, aber dafür kann ich rüber. Nein! Ach, so zieht man das jetzt auch nicht. Schade, die Mädchen. So, auf dich. Ah, wir sind gleich im Lager. Ich... War da nicht ein Fall mehr? Ah. Egal. Egal. Irgendwie bekomme ich, seitdem ich das Spiel hier spiele ich immer mehr Lust darauf weiter... Huch, ich dachte schon, aber... Haha, ich hab wie voll hier geschockt, wie geil. Auf jeden Fall bekomme ich voll Lust was, äh, wieder mit Lego, äh... was zu machen, wieder was zu bauen, und so was. Aber komm, ich echt voll Lust... Ohne Marshmallow ist es einfach nicht dasselbe. Ich könnte gerade eine ganze Packung davon verdrücken. Ne, das kannst du glaube ich nicht. Da brauche ich Timmy für, ne? Ja. Ellie Settler? Echt jetzt? Was ist das denn für ne... Lame? Ach, was? Ich pass mal fünf Sekunden lang nicht auf und diese Mistviecher schleppen mein Schießeisen auf einen Baum. Ich hätte mich für die Mission auf dieser Insel mit den Kätzchen melden sollen. Ja. Mäbe. Hallo, ich hab hier schon Jurassic Park durch und... war auf Anlage A hier und du... flennst hier rum wegen ein paar Dinosaurier. Wo sind wir denn hier, hä? Bei einem Mann oder in der Mäbe? Und wenn du in der Mäbe bist, dann mach Fotos mit dem Wild... mit dem Wildskäbchen. Oh, ähm, Entschuldigung. Bauern! Das wird ein Riesen-Marshmallow. Aber recht hat er schon. Ein Marshmallow ist schon lecker. Dafür brauche ich Timmy, um da hinzukommen. Das geht sonst nicht anders. Tut mir leid. Also muss ich weiter suchen. Ne Teddy, ja. Herr Bär ist überall. Nein! Du möchtest etwas Neues, wie? Ich helfe nur zu gern. Der Seismosaurus hatte die größte Körperlänge. 40 Meter, so lang wie zwei große Reisebusse mit Anhängern. Ach, du Heilige. Die Morphodon hat ein kleines Flügelpaar zwischen den Schultern und dem Handgelenk und auch zwischen den Hinterbeinen. Ja, nach und nach wurden es immer mehr zu den Vögeln. Die Versorgungszentrale liegt genau da unten in der Senke, etwa anderthalb Meilen von der Klippe entfernt. Wir lassen sie noch schlafen. Eine Stunde vielleicht. Oh nein! Was ist das? Nicht bewegen! Und jetzt rennen wir wieder vorm T-Rex. Jawoll! Ah, mir Jungs! Der Tue jetzt gleich sind nicht gefetzt! Keine Sorge! Der bist keine Vegetarier! Renn, renn, renn! Die ist einfach nur genial. Okay, ja gut, was gemacht worden? Spring doch! Geilo! Er kommt wieder! Nicht in Schuhegras laufen! Hey, hey, hey! Sieh dir das an! Ich glaube, RJs Rucksack ist! Lauf! Lauf! Ich habe einen großen Fehler gemacht! Gebt nicht ins Hohen Gras! Komm, komm, komm schon! Den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir! Jawoll! Bitte! Kein Thema! Ja, und geh wieder ins Hohen Gras! Bis nächstes klappt! Das nehmt euch vor den Helikopterinnen ab! Halt! 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 Das, was ist da alles drin? Ach! Was zum Baum, ne? Ist klar! Das ist eine Mähmaschine! Das ist ein Rasenmäher! Ne, ist klar! Ne, ist klar! Ah, ihr seid doch verrückt, ey. Ihr seid doch so krank, ey. Ach, guck mal, was da ist. Schau mal, was da ist. Ne, schaufel. Aber kann ich da hin? Wie komm ich denn da hin? Wie komm ich denn da hin? Äh, warte mal. Ist nicht unser... Ne, ist nicht dabei. Egal. Da, dann... Einer vorn fünf, aber jetzt müssen wir so langsam mal mehr drauf her, ne? Und eben hier alles, wie das ich hinkomme. Äh... Ahhhh... Puh, äh... B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B. Ah, Mann, ey, diese verdammten... ...Viecher. äh, wo bist du? Es ist ja so geil, dass sie auch so viel Angst haben Na komm Brech es auf! Ach ne, den Lopo-Saurus Alle drauf auf den Lopo Hey, sollen wir dir nicht helfen? Äh, ne, ist klar Wie soll ich den... Agile Charakter können unter bestimmten rosa-blauen Gegenständen hindurch Ich rutsche und drücke hier für A Ach so, okay, ja, ja, okay Okay, äh Drücke A Tadaa Yeah, Karate geht's To the next generation Gab's mal wirklich als Spins? baum, 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 trauen b ... und drehen und weiter Hallo? Ist da jemand? Ich hab mich wohl verirrt. Doch, da liegt ein Rucksack im Glas. Doch nein, der Rucksack hängt an meinem Arm. Der Arm hängt immer noch dran. Und der Arm hängt am Rest von seinem Körper. Wann musst du so schreien? Ich versteck mich hier. Jetzt bricht der Körper auch noch! War da noch was? Ist der nicht hier hingekommen? Nee, ne? Ich kann die echt nicht erreichen. Na gut, okay. Oh, süß. Und wieder rein. Ne, ist klar, Leute. Ihr seid doch... Komm her! Oh, äh... Baut dort nicht. Der ist wohl Gras gelaufen, das war eine Puppenswaridee! Hast du nicht Angst? Mein Heuschnupfen macht dich wahnsinnig! Hier ist die Schinkelfrau, komm mal her! Ah, ist das ekelhaft! Dann Bomber! Was wird das? Wieder ein Rasenmäher? Eine Eismaschine! Eine Eismaschine! Haha! Ahihi! Warum immer die! Be! 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 Und Tissi. Boah, ich dachte schon, das Spiel würde jetzt abschmieren. Okay, da haben wir noch einen. Aber bevor wir den retten... Ja, ich will hier rein. Ich will hier alles platt machen. Ich will hier alles mitnehmen. Ich weiß, dass es seiner ist, den wir retten müssen. Ach, er hat die Eismaschine gefunden. Ach, schön. Philoposaurus! Oh! 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 da dort ganz wenig da hätten Dafür brauchen wir immer noch Alan Graham. Können wir was mit dem machen? Ah, nein, 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 nein. Schon alles richtig, schon alles richtig. Brauch dich hier. Jetzt bauen wir mal. Was wird das? Eine Burger-Attrappe. Wie cool. Na los, mach gleich. Guck ich da eigentlich noch vorbei? Ach, ist mir egal. Ich geh jetzt hier lang, komm. Wollen wir hier noch was machen? Nein. Ach, nö. Ach ja, ich liebe diesen Humor. Komm her. Ach, wie süß. Du wärst dir nicht vorbeigekommen, wenn du willst du schiffst. Warum überlebt dein? Ja, ist ja gut. So, was ist das? Flirrring und... Die haben gesagt, das Kommunikationszentrum ist in der Versorgungszentrale. Ich gehe da jetzt rein und schicke einen Funkspruch raus, okay? Ihr kommt nach. Wart auf uns! Jede Sekunde zählt. Wenn einer glaubt, er kann mithalten, kann er es versuchen. Ich gehe jagen, Level abgeschlossen, freie Spiel, freigeschaltet, Isla Sauna. Dring, dring, dring. Wahrer Überlebender. Nicky Club 1, okay. Wenn es eine sind, sind wir ja nie reingekommen. Carter! Robert Burke! Ingem Mechaniker freigeschaltet. Peter Ludlow freigeschaltet. Jägerschnapper freigeschaltet. Jäger Stöberfried freigeschaltet. Nee. Doch! Echt jetzt? Parasauro Lofos geschn... Ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge. Freigeschaltet. Parasauro Lofos. Wahrer Überlebender. 16 von 275. Level abgeschnopfen. Abgeschnopfen. Geschichte fortsetzen. Machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss und abonnieren und liken nicht vergessen. Bye-bye.